Ihr könnt euch ja jetzt online anmelden, während Alec Benjamin läuft. Let me down slowly. Schöne Mittagspause. Meine Frage an Dr. Böhm. Seit Jahren habe ich es mit den Gelenken. Ich habe schon so viel probiert, aber nichts hilft wirklich. Was kann ich da tun? Ich empfehle Ihnen Dr. Böhm.